Adobe Photoshop CC war noch nie so einfach. Lerne jetzt Adobe Photoshop in der einfachsten und entspanntesten Art und Weise. Mit diesem großen Kurs wird die Foto- und Bildbearbeitung zum Kinderspiel. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. In einem umfangreichen Grundkurs mit vielen kurzen und einfachen Lektionen lernst du die wichtigsten Eigenschaften der Software kennen. Danach startest du tolle Praxisbeispiele, die dein gelerntes Wissen Stück für Stück vertiefen und erweitern. Professionelles Freistellen, Personen optisch verändern oder einfach nur retuschieren. Alles kein Problem. Gestalte im Kurs atemberaubende Bildkompositionen, die Spaß machen und erstelle komplett eigene fotorealistische Grafiken. Hole das Beste aus deinen Fotos mit eigenen Farbpresets und Nutz heraus und gestalte deine eigenen Mockups zur perfekten Produktpräsentation. Auch Social Media kommt nicht zu kurz. Gestalte perfekte Instagram und Facebook Grafiken oder neugierig machende YouTube Video Thumbnails. Viele Grafiken, Vorlagen und Bildkompositionen gibt es im Kurs als Download gratis dazu. Persönlicher Support bei Fragen inklusive. Sichere dir jetzt den großen Adobe Photoshop Foto- und Bildbearbeitungskurs und erhalte einen starken Willkommensramat. Wie immer gehst du mit Udemy kein Risiko ein. Eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie hilft dir bei der Entscheidung. Am besten gleich anmelden und mit Photoshop ohne Vorkenntnisse mit Spaß erlernen.